Ja, das macht auch Spaß. Einmal ohne Kanu, nur so da rein. Unsere kleine Kanu-Streppe. Was hier ist zwar keinem... Was, was das ist, oder sowas? Aber es wird halt so schön, dass sie einfach üben. Ja, muss doch noch ein bisschen üben, wenn ihr dürft gekommen. Das ist eigentlich so einfach. Schön, wenn es da ist. Ja. Heute Mittag, weil ich ganz voran noch mehr war. Jetzt bin ich nur noch... ...und zwar in der Hüttenlandfahrt. Da kommt die Lüge gegen an. Eine Rolle ist vorher zu der Rückwärts. Hier hinten sind noch drei, die sich damit gewinnen. Bei dem Wetter ist das ja auch optimal. Ja. Aber wo mehr Rosen. Jetzt kommt wieder, und ich gehe rein. Jetzt fängt gleich wieder ins Wasser. Sag ich doch. Abflug. Ja, das war mein kleiner Sonntagshaus. Hier ist ein Inselcafé. Da drüben ist ein bisschen Flügel, die sie jetzt komplett erneuern. Damit da auch ein bisschen mehr Leute Platz drin haben. Da ist ja immer was los. Na ja so. Das kann ich jetzt nicht gut tun. Dann gehen wir euren mehr Rosen.